Ich freue mich so, euch Kinder zu sehen. Ich habe euch allen Geschenke aus Texas mitgebracht. Mac, das ist ein Stück Seife mit einem Skorpion drin. Stewie, du bekommst ein Lolli mit einer Wüstenspinne drin. Und Chris, das ist ein Kamm, gefertigt aus einem Gürteltierpanzer. Aber benutze ihn nicht, um dich aufzustylen und Frauen dann leere Versprechungen zu machen. Ich benutze ihn nur einfach nicht. So, wenn ihr es mir erlaubt, werde ich mich jetzt vor dem Essen frisch machen. Mom, sie ist so traurig und einsam. Das kennst du ja, du ***. Ach, tut mir leid, Liebling, aber sie ist meine Schwester. Ein Wunder, dass alle Männer sie verlassen haben. Genau das ist das Problem. Sie hat ein so geringes Selbstwert gefühlt, dass sie sich jedes Mal, wenn ein Mann ihr nur ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt, verliebt und sich dann das Herz brechen lässt wie ein Teenager. Hey Tyler, gehst du auch in den Mathe-Kurs? Ja, wir sehen uns dort. Du bist voll gemein! Der vorangegangene Witz wurde präsentiert von Männer. Men, we don't know what we did.